Hallo, heute möchte ich euch unser Gipserband vorstellen. Es handelt sich hier um ein Profi-PVC-Schutzband mit einer glatten Oberfläche, das sich wirklich sehr, sehr leicht von Hand, von der Rolle abrollen lässt. Also dadurch gerade im Außenbereich verwindungsfreies Abkleben, auch von längeren Flächen, größeren Flächen, wo man wirklich auch geradlinig abkleben kann und dennoch auch durch die klasse Oberfläche auch noch sehr leicht von Hand abtrennbar ist. Es ist wie gesagt sehr, sehr anschmiegsam an die Oberfläche, hat einen hochwertigen Naturkautschukkleber und lässt sich eben in Kombination mit dem PVC-Schutzbandträger von den meisten Oberflächen also vier Wochen rückstandsfrei entfernen, ist auch innerhalb dieser Frist also UV-beständig, sehr, sehr gut geeignet im Außenbereich bei Kunststofffenstern, Glas generell, vor allem lackierten Oberflächen, da sollte man vorher mal eine Probeverklebung vornehmen. In den meisten Fällen funktioniert das auch, aber generell eine Freizeichnung kann man eben nicht geben. Deswegen lieber mal auf Nummer sicher gehen und vorher eine Probeverklebung machen. Gerd Seitz, fürs Handwerk die Nummer 1.